Es ist ein Morgen im August. Die Schülerin kennt die Gegend nicht, ist gerade erst in die Stadt gezogen. Sie wird die Neue der 6a sein. Und damit hat sie schon in ihrer vorherigen Schule schlechte Erfahrungen gemacht. Die Neuen haben es immer schwer. Nicht selten hat sie mit Mobbing zu kämpfen. Mit viel Überzeugungskraft ihrer Mutter ist sie nun also unterwegs und zum ersten Mal in der Schule. Den Weg in ihre neue Schule anzutreten. Ich möchte euch meine neue Schülerin vorstellen. Das ist Lea. Hallo Lea. Jetzt ist Pause. Haha, so ein Opfer. Wo ist Lea? Meier, klar, so eine Schwänzerin. Zum Glück ist sie nicht da. So ein dummes Kind. Pass auf! Mann, danke. Das war echt knapp. Das muss ich den anderen erzählen. Du bist voll toll. Ich bin gegen Mobbing, weil andere sich schlecht fühlen. Mobbing ist gemein. Hört auf damit. Ihr wollt es doch auch nicht. Ich bin gegen Mobbing, weil es mir nicht gefällt, andere leidend zu sehen. Ich bin gegen Mobbing, weil es die Kinder innerlich zerstört. Ich bin gegen Mobbing, weil es andere Kinder verletzt. Und es ist einfach nur sinnlos. Ich bin gegen Mobbing, weil es andere nicht gefällt, andere leidend zu sehen. Ich bin gegen Mobbing, weil es andere nicht gefällt, andere leidend zu sehen. Ich bin gegen Mobbing, weil es andere nicht gefällt. Ich bin gegen Mobbing, weil es andere nicht gefällt. Ich bin gegen Mobbing, weil es andere nicht gefällt. Ich bin gegen Mobbing, weil es andere nicht gefällt. Vielen Dank.